Eines der wohl generell, würde ich mal sagen, populärsten Budget-Handys, wenn nicht sogar das populärste, ist zurück in seiner 2019 Ausführung, das Moto G7 Plus. Und zusammen mit euch möchte ich mir heute mal ein wenig genauer ansehen, wie gut es denn auch ist und ob es sein Preis von offiziell im Moment 299 Euro denn auch wert ist. Und wenn wir schon vom Preis sprechen, muss ich sagen, hätte ich diesen offiziell gerne eher Richtung 250 Euro gesehen und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass dieser auf Dauer sogar noch eher in Richtung 200 fallen muss, denn das Problem liegt nicht seiten Motors, sondern ich würde sagen seiten Xiaomi's. Denn seit deren Geräte eben international, hier Problemlos eben in Deutschland auch sehr, sehr leicht zu bekommen sind und da muss ich einfach sagen, meiner Meinung nach, die sie eben mehr bieten, hat es Motorola einfach immer, immer schwerer. Es gibt zwar noch seitens Motorola ein paar Vorzüge, die sie ausspielen können, zu denen ich später noch komme, aber ja, das soweit dazu, würde ich sagen, kommen wir zum Design und der Verarbeitung und gerade wenn es ums Design geht, haben wir diese schön abgerundeten Rückseiten, die ich immer sehr, sehr mag. Das macht das ganze Gerät ein bisschen leichter zu handeln. Es fühlt sich dadurch nicht mehr ganz so groß und klobig an, wobei, wenn man es sich eben ein bisschen genauer ansieht, dann fällt einem auch schon auf der Front auf, wir haben doch relativ große Ränder an eigentlich allen Seiten und wir haben es hier eben auch nur mit einem 6,2 Zoll Display zu tun, obwohl das ganze Gerät eher von der Größe her selbst nach einem 6,4 Zoller wirkt. Ist jetzt kein negativer Punkt, denn dafür fühlt es sich eben wirklich sehr, sehr hochwertig an. Tasten sind sehr gut platziert, haben einen super Druckpunkt, sind leicht zu erreichen. Das gleiche gilt auch auf der Rückseite für den Fingerabdrucklaser, denn dieser ist vielleicht nicht der schnellste. Dafür allerdings absolut zuverlässig, gut platziert, passt es auch hier. Haben wir dann an der Front ein schönes, gerades Glas und auf der Rückseite, naja, nicht ganz gerade, denn da steht eben noch die Kamera vor. Dann hätten wir oben, das ist was sehr, sehr seltenes heutzutage, sieht man eigentlich fast nur noch bei Moto, einen Dual-SIM-Kartenslot plus SD-Karte. Natürlich noch ein Mikro, dann links nichts, USB-Typ 10 in der Mitte, rechts den Kopfhörerausgang, links den Lautsprecher, der mit dem Ohrstück zusammen funktioniert und dann an der Front gibt es leider eine Seite, aber die ist schon eben bei Motorola länger nicht. Eine Benachrichtigungs-LED-D, dafür gibt es allerdings die Mutter aller Notches, denn ich muss sagen, diese ist schon extrem groß und wenn ich an Zeiten zurückdenke, als die ganzen, ja, randlosen Geräte noch nicht so der Hype waren, hatten wir Statusbars, die vielleicht ein Drittel dieser, wenn nicht sogar ein Viertel dieser hatten. Ich muss sagen, persönlich stört mich die Notch jetzt nicht so sehr, da ich den meisten Videocontent eher eben im 6.9 Format sehe, dann sehe ich es nicht, aber wenn ich aufzoomen würde und das eben von der Seite ins Video rein, ja, reinpicken sehe, wirkt das für mich, als ob mir einer einen Finger ins Ohr steckt, so tief rein, dass er in mein Sichtfeld reinragt. Das ist natürlich physisch nicht wirklich machbar, so wirkt es allerdings für mich, wollte ich das nur erwähnen. Und wenn ich schon von guter Verarbeitung geredet habe, muss ich allerdings auch von einer kleinen Schwachstelle reden, denn fühlt sich das Glas auf der Rückseite noch relativ dicht an, im Vergleich jetzt zu einem OnePlus 5 allerdings an der Front, wo wir hier das absolut solide und dicht haben, ist das auf der Front leider nicht mehr der Fall, denn hier, ich denke mal, das hört man schon, klingt es deutlich hohler. Und ich weiß aus der Vergangenheit, viele haben gesagt, wer macht das schon, das stört doch nicht, stört nicht wirklich, allerdings merkt man es, dass das ganze Gerät sehr immer ein bisschen hohl wirkt, das hört man auch und man fühlt es auch, denn das wirkt jetzt nicht so wie Glas, wobei die ölerweisende Beschichtung sehr, sehr gut ist, ja, muss ich sagen, fühlt es sich eher nach Plastik an. Das macht aber den ganzen keinen Umbruch, dass es sich gut anfühlt in der Hand, Einhandbedienung geht, so weit, so eine Verordnung, also passt. Es ist eben nur ein Mittelklassegerät, das muss man eben im Hinterkopf behalten, dafür macht es eigentlich einen guten Eindruck, wobei beim Display muss ich folgendes sagen, anfangs hat es einen sehr guten Eindruck gemacht, bis ich eben die Schwäche bemerkt habe, denn ihr merkt es vielleicht noch nicht, aber ich habe Nachtlicht an. Dann schalte ich das jetzt aus, dann werdet ihr definitiv merken, was mit dem Display nicht stimmt. Es ist ab Werk viel, viel zu kalt, also komplett blau getunt und leider habt ihr bei Stock Android oder in diesem Fall bei Moto keine Möglichkeit, das wirklich anzupassen. Ihr könnt die Farben verstellen von natürlich verstärkt auf gesättigt, aber das ändert an der Kalibrierung nicht wirklich was, denn mit den Farben sonst, muss ich sagen, passt es hauptsächlich, aber dieses extrem Kalte kriegt ihr nicht weg, außer, und das ist jetzt keine wirkliche Lösung, aber es ist ein Workaround, ihr benutzt Nachtlicht, filtert das blau aus, macht das Display ein bisschen wärmer und dann ist es okay, würde ich sagen. Wobei, das Display selbst ist eben auch nur das, denn normalerweise, ich bin von Motorola sehr gute Displays gewohnt, gerade vielleicht mit dem Moto X4 und so weiter, muss ich sagen, machte ich hier ein paar Kompromisse. Ein Punkt davon wäre, dass eben wie schon erwähnt, dass der Weißwert nicht wirklich passt. Bei den Farben habe ich gesagt, die sind zwar eigentlich gut, aber was mir relativ oft aufgefallen ist, dass Rot- und auch Grüntöne einfach viel zu tief sind, viel zu dunkel und einfach falsch wirken. Nicht, dass sie übersättigt werden oder so, sie wirken einfach zu dunkel. Und dann noch vielleicht eine Sache, die zu erwähnen wäre, wären die Blickwinkel, denn wenn ihr nur ein bisschen abwegt von dem Optum, das sieht man jetzt auf dem Video nicht so, verliert ihr relativ viel an Helligkeit oder auch schon an der Farbtemperatur selbst. Und dann muss ich auch noch sagen, dadurch, dass es eben kein OLED-Display ist, habt ihr IPS-Glow und ihr habt eben auch definitiv nicht das dunkelste Schwarz. Das sollte erwähnen werden. Im Großen und Ganzen aufgrund der guten Schärfe und der generell noch guten Qualitäten für den Preis, muss ich sagen, ist es noch ein gutes Display, aber auch in diesem Preissegment gibt es, und das gab es eigentlich auch in der Vergangenheit von Motorola schon, gibt es einfach bessere. Wo es nicht wirklich viel besser geht, wenn überhaupt, definitiv nicht in dieser Preisgleiche beim Lautsprecher. Und das hören wir uns jetzt mal an. Ja, also wir haben es hier mit einem Dual-Lautsprechersystem zu tun und ich muss sagen, in der Preisklasse, das kann ich relativ selbstsicher sagen, ist das das Beste, was ihr bekommen könnt. Denn nicht nur sehr laut, es gibt zwar teilweise lautere, aber nicht in der Preisklasse, hat es auch noch ein gutes Stereo-Feeling, klingt relativ voll. Wobei, wenn es irgendwas zur Verbesserung gäbe, allerdings kann ich das hier nicht wirklich negativ anmerken in dieser Preisklasse. Es gibt keinerlei Anpassungsmöglichkeiten und es könnte vielleicht noch ein bisschen voll oder wärmer klingen, wie jetzt zum Beispiel bei Samsung oder auch bei den Pixel. Aber in dieser Preisklasse glaube ich kaum, dass ihr das heutzutage noch finden werdet. Also es gibt nur 4,5 Sterne, weil es noch besser geht, weil es eben ein bisschen flexibler geht, aber für den Preis definitiv wohl das Stärkste im 4,5 Sterne Bereich, was ihr absolut bekommen könnt. Kopfhörerausgang dann unten rechts, muss ich sagen, ist dieser laut genug. Also das ist leicht über dem Standard, ist ein guter Wert. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Klang ein bisschen dick klingt, vielleicht nicht ganz so detailliert, ein bisschen verhangen. Es ist immer noch leicht über dem Standard, also es ist gut. Und gut, ja, kann ich eigentlich auch zur Leistung sagen, denn ich kann mich hier nicht wirklich beschweren. Es ist halt schon ein bisschen ältere Chips als mit dem 636. Das heißt, alles ist schön flüssig, da eben mototypisch alles schön optimiert ist. Aber es ist eben nichts wirklich extrem zackig oder extrem schnell. Da zeigt einfach der Zeit der Zahn, dass es hier einfach besser geht. Nichts ist extrem schnell ansprechend, aber dann wiederum auch das Gute nichts ist, irgendwie dadurch, dass es so schnell ist, irgendwie verleitend dazu, dass es eher zum Ruckeln neigt. Also es alles passt. Es ist kein Sprinter. Es ist eher ein Marathonläufer, aber dafür ein sehr, sehr konstanter. Also das passt schon. Also wirklich beschweren kann ich mich nicht. Natürlich zeigt das allerdings auch eben heutzutage, dass deutlich Luft nach oben ist. Aber ja, es ist auch eben preislich noch deutlich Luft nach oben. Von daher passt es. Wird auch nicht warm. Das alles so weit so gut. Beim Akku gibt es Folgendes zu sagen. Ich bin leider nicht dazu gekommen, die Lade Dauer zu testen. Ich würde allerdings mal angenehm bei 3000er, bei einem 3000er Akku liegen wir in Aether bei 1 Stunde 40. Ist allerdings nur eine Spekulation. Ich habe es nicht getestet. Was ich getestet habe, war allerdings eine Stunde YouTube. Da waren wir bei 11% und das würde ich sagen, ist so ein durchschnittlicher Wert. Und bei den Akkulaufzeiten gibt es das zu sagen. Mobile Daten in etwa 5 Stunden und dann bei WLAN in etwa 7 bis 7,5 Stunden. Wobei ich allerdings noch erwähnen muss, dass anfangs dieses Jahres mein Setup sich ein bisschen verändert hat. Es wurde noch ein bisschen extremer. Also es sind jetzt ein paar Apps generell mehr installiert. Allerdings, da das Jahr neu anfängt, haben wir eben jetzt einen leicht anderen Menschmark. Also die Werte sind jetzt nicht mit den letzten Jahres zu vergleichen. Neues Jahr, da ändere ich meistens ein bisschen was. Also behaltet mal im Auge, dass die Werte im Vergleich zum letzten Jahr schlechter aussehen, aber gar nicht wirklich schlechter sind. Also ihr könntet im Vergleich zu anderen Geräten eine halbe Stunde abziehen, eventuell ungefähr oder hier noch eine halbe Stunde draufrechnen. Das ist das, was mir allerdings aufgefallen ist, wobei ich nicht sagen kann, ob das an Android Pie liegt oder an meinem Datenverkehr oder so weiter. Mobile Daten, da ist der Standby Verbrauch bei generell allen Geräten, die ich im Moment, also dieses Jahr getestet habe, ein bisschen schlechter geworden. Es hier noch, ja, das ist eben das. Ja. Ansonsten hatte ich guten Empfang, Klangqualität war gut, Datenempfang war gut, also auch Telefonklang, also da gibt es nichts wirklich groß zu erwähnen, da sehe ich auch keine Ahnung. Bei der Software gibt es nicht wirklich viel zu erwähnen. Wir haben die Moto Suite, da gibt es eben die Option, wie schon wahrscheinlich bekannt, eben Taschenlampe anschalten oder auch die Kamera und so weiter und so fort. Eben auch noch Navigationsgesten mittlerweile. Ein bisschen eben in anderer Form. Also das ist so in etwa so das Typische, was man bei Google bekommt. Wahrscheinlich mit dem nächsten Android, also mit nach links zurück oder nach rechts zur letzten App. Funktioniert so weit so gut. Ihr könnt immer noch auf die alten Tasten umschwenken. Natürlich habt ihr auch noch einen App Draw. Ihr habt vom Designer die Schnelleinstellungen, die ihr kennt wahrscheinlich. Die ganzen anderen Apps. Also ihr bekommt jetzt hier nicht wirklich irgendwas extra, aber dafür ist es clean. Es gibt keinen wirklichen Blow, das passt. Bei der Kamera App gibt es folgendes zu erwähnen. Hier gibt es zum Beispiel Auto und Manuell Modus und so weiter und so fort. Dann gibt es noch ein paar extra Modi wie Portrait, Freistellung, Spotfarbe, Cinematogramme und so weiter und so fort. Alles ist nicht wirklich so spannend. Ist eine Sache, auf die ich einfach kommen muss, der HDR Modus. Es gibt automatisch, es gibt aktiviert und deaktiviert. Ich kann euch allerdings jetzt schon sagen, im Prinzip ist diese Kamera nur vernünftig nutzbar mit aktiviert. Wieso? Das lasse ich euch gleich noch wissen, denn jetzt kommen wir zu den Resultaten. Bei den Selfies gibt es folgendes zu sagen. Sehen anfangs eigentlich recht gut aus. Also das sieht schön scharf und detailliert aus, wie ihr hier schon sehen könnt. Allerdings muss ich auch sagen, wirkt es aus irgendeinem Grund von den Hauttönen ein bisschen künstlich. Nicht ganz so natürlich, aber die Farben passen. Hier dann mit HDR ist dann zum Beispiel auch die fehlende Dynamic Range, die hier oben vielleicht ein bisschen bemerkt, wo es ein bisschen überbelichtet wird, passt schon eher. Deswegen auch generell HDR sollte man nutzen. Hauttöne, wie schon gesagt, das wird dann ein Stückchen besser, wobei eben auch unnatürlicher. Ansonsten haben wir einen relativ guten, ja, Google-typisch bekannten Portrait-Modus, der funktioniert, Schärfe passt. Aber was mir dann eben aufgefallen ist, sobald die Lichtverhältnisse ein bisschen schlechter werden, also auch schon hier mit guter Belichtung innen, bricht die Qualität schon deutlich an. Dann wird es einfach generell deutlich softer. Das seht ihr dann auch mit dem Bokeh-Modus. Und dann auch, sobald es eben noch schlechter wird, wird es dann sehr, sehr softer. Da bringt dann auch der Blitz nichts, der eben mit dem Display erzeugt wird. Und sobald es dann richtig dunkel ist, ja, dann sieht es halt einfach nicht mehr wirklich so gut aus. Ansonsten hier jetzt eben, das ist das. Wir haben in der Mittelklasse zumindest bei Motorola noch keinen Nachtmodus. Allerdings auf Einheit schon, auch wenn dieser eben nicht mit einer längeren Belichtung oder so funktioniert. Aber das ist jetzt das Bild normal geschossen. Und das das Bild mit HDR. Also, es sieht schon aus wie ein, ich würde mal fast sagen, Nachtmodus Light für manche oder so. Denn, ihr seht schon, wirklich extra Schärfe bekommen wir nicht. Und Details in manchen Fällen nachts zumindest auch nicht wirklich. Aber es ist heller. Also hier zum Beispiel auch zu sehen, funktioniert es eigentlich gut. Hier eigentlich auch. Auch wenn da teilweise ein paar Details verloren gehen usw. Aber das ist alles noch okay. Kann ich mich nicht wirklich beschweren. Dann auch hier zu sehen. Also hier, teilweise bringt es halt nicht wirklich mehr. Aber es ist ein bisschen schöner für das anzusehen, das Bild. Aber wo es dann eben den wirklichen großen Faktor ausmacht, das zeige ich jetzt noch. Und das ist für mich ein bisschen unverständlich ist, bei guten Lichtbedingungen. Denn, schauen wir jetzt zum Beispiel mal die untere Kante an. Die wirkt relativ soft. Das ganze Blatt auch nicht wirklich so detailliert. Und jetzt mal dieser riesige Umschwung mit HDR+. Also, ihr seht schon, die Kante ist jetzt gestochen scharf. Wir haben deutlich mehr Details. Und das ganze Bild wirkt deutlich besser. Ist jetzt natürlich schön zu sehen, dass HDR so viel bringt. Aber das Bild sollte ohne HDR meiner Meinung nach nicht so soft und schwach aussehen. Das sieht man hier auch schon wieder. Alles sehr, sehr soft. Mir fehlt sie einfach an Details von Haus aus und an Schärfe und an Güte. Was wir dann mit HDR bekommen. Aber das Problem von HDR ist eben, das wirkt jedes Mal künstlicher. Denn das wirkt künstlich überschärft, auf jeden Fall in vielen Situationen. Und deswegen würde ich sagen, ihr könnt es eigentlich nur so nutzen. Denn hier sieht man es auch schon wieder. Sehr, sehr unscharf. Und dann mit HDR wirkt es deutlich besser. Aber es wirkt gekünstelt. Hier sieht man es dann nochmal extrem mal. Also gerade wenn sehr viel los ist auf dem Bild. Jetzt. Ihr seht schon, es wirkt einfach deutlich mehr Kontrast erhöht. Ja. Und eben auch die Schärfe. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Denn ohne würde ich sagen, ist es eine relativ schwache Kamera. Mit HDR dann würde ich sagen, eine ordentlich gute. Und deswegen bin ich da. Also gerade hier auch schon wieder. Alles sehr, sehr soft. Und auch hier wieder. Und es ist natürlich schön, dass wir OIS haben. Aber die Bilder hier, wenn ich nur die kennen würde, ohne Referenz und ohne es besser zu wissen, würde ich sagen, sind schön. Aber wenn ich dann das sehe, dann denke ich mir, oh je, da ist da irgendwas schiefgelaufen. Ich dachte anfangs, das passt was nicht. Aber ich habe diese ganzen Bilder mit und ohne eben mehrfach geschossen. Und es war absolut nachvollziehbar. Es war reproduzierbar. Und es endet eigentlich jedes Mal so, dass ihr Bilder ohne HDR eigentlich auf Dauer nicht machen könnt. Denn es werden zu viele, viel zu softe Bilder entstehen. Was ich allerdings vielleicht noch kurz erwähnen sollte, es ist eben ein Snapdragon-Gerät. Das heißt, es wird ziemlich wahrscheinlich auch Support geben für die Pixelcam in irgendeiner Form. Dafür hatte ich jetzt nicht die Zeit, das zu testen. Und da ich jetzt auch von der Zeit her nicht unbedingt noch die Videos jetzt schon zeigen will, mache ich das einfach wie bei den letzten Videos. Ich hänge sie am Ende dran an. Allerdings noch kurz ein paar Worte dazu. Bei der Selfie-Frontkamera, also bei Video, bei 4K30, was schön ist zu sehen, ist das Bild einfach zu grisselig, ist es zu körnig, da ist die Bitrate einfach zu schwach. Das ist nicht wirklich nutzbar. Dann solltet ihr definitiv auf 1080p runtergehen. Also auch wenn 4K verfügbar ist, solltet ihr es nicht wirklich nutzen. Bei der Hauptkamera muss ich dann allerdings sagen, da passt 4K30. Die Bitrate könnte zwar immer noch besser sein, bei schnellen Bewegungen seht ihr Artefakte und ihr seht auch immer noch diese Grisseligkeit, aber da ist es schon deutlich besser. Stabilisierung passt, Bildqualität passt. Bei nicht so guten Lichtverhältnissen war der Autofokus jetzt nicht so besonders, aber das würde ich sagen, haut noch so hin. Lowlight war jetzt wie schon gesagt nicht so besonders. Würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fazit dieses Geräts. Und ich kann generell sagen, es ist ein schönes Gerät, das macht einen guten Job, aber ich muss sagen, gerade im Moment, bei knapp 300 Euro, auch wenn es jetzt schon eher bei 280 liegt, habe ich noch ein bisschen Probleme, es zu empfehlen. Dazu muss es einfach eh in Richtung 200 Euro gehen, denn man merkt hier irgendwie im Vergleich einfach zur Konkurrenz, gerade auch von Xiaomi oder anderen Marken, dass hier ein paar Punkt vom Bisschen gemacht werden. Also im Design noch nicht unbedingt, aber es gibt in dem Preisbereich oder eben auch schon günstige, also vergleichbare Geräte, die kompakter wirken, die vielleicht ein bisschen edler wirken. Also das wirkt durch dieses Feeling ein bisschen günstiger gebaut und zum Beispiel, ich selber habe das nicht mal so festgestellt, aber da mir das Gerät optisch sehr gut gefällt, mein Bruder sagt zum Beispiel direkt, das sieht nach einem Billiggerät aus. Wenn das schon einer sagt, der überhaupt generell keine Ahnung von Handys hat, dann sagt das allerdings auch schon was, was der generelle Käufer vielleicht sich so denkt. Ansonsten das Display, da haben sie auch meiner Meinung nach Kompromisse gemacht im Vergleich zu den sonst typischen Motorola Displays, denn ein Moto X4, eines der schönsten Displays, gerade in diesem Preissegment, das habt ihr hier nicht mehr, also die Schwächen habe ich schon erwähnt, Lautsprecher allerdings da, das Riesenplus, da habt ihr so ziemlich das Beste, was ihr in dem Preisbereich und auch noch ein gutes Stückchen drüber bekommen könnt. Leistung passt, ist natürlich nichts Besonderes mehr, dabei kommt ihr meistens auch schon was Schnelleres, ein bisschen Flotteres, vielleicht nicht unbedingt Flüssigeres, aber konstant auch noch eben Hochwertigeres für den Preis, auch für die Akkulaufzeit in etwa so, wobei das passt. Und wo ich sagen würde, wo eigentlich Motorola momentan noch so einen leichten Vorteil hat gegenüber einer Marke wie Xiaomi, ist einfach der Softwarebereich und Support. Ihr bekommt die Geräte hier, was ihr bei Xiaomi zwar mittlerweile auch bekommt, aber für alle eben, die jetzt kein kompliziertes Gerät haben wollen, die sich vielleicht gerade im Stock Android schon ein bisschen auskennen oder Richtung Moto, die was relativ Einfaches, Blotfreies haben wollen, das seid ihr dann bei Motorola recht gut aufgehoben. Bei der Kamera, wie schon gesagt, habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle. Sie zeigt Potenzial, allerdings eben nur mit HDR. Schaltet ihr HDR aus, dann sehe ich nicht ganz das Potenzial von OIS und von den ganzen anderen, was ich eigentlich erwartet hätte. Also ich denke mal, das kann man eventuell auch mit Software noch verbessern, denn man müsste ja eigentlich in der Lage sein, die Schärfe und die Güte und so weiter wie mit HDR hinzubekommen, allerdings eben einfach ohne den HDR-Effekt. Warum die Bilder dann so soft werden, kann ich mir nicht ganz erklären. Von daher, nochmal kurz vielleicht eine Sache, die erwähnt werden sollte, wobei es ist deutlich günstiger mit im Moment so 170, 180 Euro eventuell im Angebot, das Motorola X4 oder Moto X4, bekommt ihr auf jeden Fall das kompaktere Gerät. Es fühlt sich besser an, meiner Meinung nach, deutlich bessere Display, wobei beim Lautsprecher kommt ihr da absolut nicht ran, Leistung ist jetzt nicht so viel schwächer, ihr habt ja ein bisschen mehr Speicher mittlerweile und so weiter, Software ist neu, Kamera könnte generell, müsste ich jetzt mal vergleichen, eben manchmal besser sein, aber das ist eben noch ein, ja, 169 Gerät, wenn ich mich jetzt nicht irre mit Rendern und so weiter, also vielleicht nicht direkt vergleichbar. Und im Vergleich zu Xiaomi, der Vorteil ist meiner Meinung nach, die Software, Hardware-technisch bekommt ihr hier nicht ganz das und deswegen habe ich auch eben Probleme momentan noch bei knapp 300 Euro das Gerät uneingeschränkt zu empfehlen. Wenn der Preis Richtung 200 fällt, wenn ihr Motorola wollt, wenn ihr es einfach Problem ist im Laden, irgendwie testen wollt, wenn es euch relativ bekannt vorkommt und so weiter, habe ich keine größeren Probleme, aber so wirklich von meiner Seite aus jetzt zu euch gehen und sagen, das müsst ihr haben, wenn ihr die Marke jetzt nicht unbedingt kennt, ja, da müsste meiner Meinung nach Motorola sich ein bisschen mehr anstrengen, damit wir einfach mehr Geboten bekommen, jetzt entweder höhere Qualität oder mehr Features oder eben das Gleiche für weniger Geld. Das ist denen überlassen. Und von daher würde ich sagen, lasst mich wissen, was ihr sonst dazu sagt und wie schon gesagt, die Demosamples, die unbearbeiteten sowie ab Werk von der Kamera seht ihr jetzt. Ciao. 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 Okay, das wäre jetzt hier die Front-Videokamera des Moto G7 Plus in 4K30, wobei aufgrund der Samples, die ich mir so auf dem Handy schon angesehen habe, sieht es nicht nach wirklich gutem 4K30 aus, nicht mal nach wirklich gutem 1080p, aber dieses Video ist jetzt auch nur, um das Sample aufzunehmen, ich muss es mir noch am Monitor genauer ansehen, denn zumindest von dem Viewfinder her sieht der Crop ganz gut aus, Stabilisierung sieht ganz gut aus, aber ich glaube, auf dem Monitor wird die Sache dann nicht mehr ganz so positiv aussehen. Klang vom Mikro könnt ihr jetzt wahrscheinlich schon besser beurteilen als ich, von daher sage ich mal, es sieht gut aus, aber in der Realität wird es glaube ich nicht, weil die Samples sahen relativ schwach aus, denn die Auflösung sah nicht so stark aus, allerdings muss ich dann erst eben noch meine finale Entscheidung treffen, das ist eben nur das Sample. es ist eben nur das Sample, es ist aber nicht mehr, auch immer noch die Schätigkeiten Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.